willkommen meine lieben freunde des spielens auf schwer und willkommen zurück zu einem spiel das ich auf normal spiele was aber trotzdem sehr schwer ist nämlich space jetpack was ist denn hier los können dadurch gibt doch weg ich habe den höchsten score aber ich bin weiter machen ich verliere halt den score aus diesem level also diese stage den verlieren halt wenn ich sterbe oder wenn mein space tipp da wieder von irgendwelchen außerirdischen auseinandergerupft wird das hier blöde ist hier dass man das fast ganz ohne heilung durchspielen muss da die heilung über immer da oben ist bedeutet man muss man nach oben oben ist aber nicht sicher wenn man denn mal hoch muss um sich irgend so was zu holen oder halt mal gerade eine heilung darunter packt und herr tschüss tschüss und du auch noch okay das wird wahrscheinlich schon fast voll getankt sein time bonus 700 oder so ich glaube es ja nicht ich glaube es ja nicht ich schieß nochmal ich glaube es ja nicht oh wirklich ernsthaft wie viel kann man denn einem armen geschändeten mann entgegenwerfen ist doch schon nicht mehr legal es hier läuft das ist krass aber wir schlagen uns durch logischerweise fertig schon jetzt durch durch erst mal die weg die machen nicht so wenig ich glaube nicht geht doch weg ok ich hab's und weg raus hier ich habe ja gar keinen schutz mehr weg stop wir können doch irgendwie frieden oder so jetzt kommt ja noch das wollen die jetzt hier da wird hier durch und einmal den hier mitnehmen das hier einen ein risiko eingehen gegner ausschalten einfach nur die gegner ausschalten gegner ausgeschaltet die heilung ok und den fuel das fuel egal eine stress situation ist es nicht das wichtigste dinge richtig auszusprechen ok ich brauche nicht mehr viel was das denn jetzt bald ist das geschmacklos also wirklich wirklich ist das denn euer ernst wie soll ich denn oh und die weg die weg das weg das weg das weg ich glaube nicht und ich bin mal wieder der höchste aber ich hatte so einen guten time bonus den wollte ich eigentlich durch kriegen aber das spiel lässt mich nicht so jetzt gehe ich mal so ein bisschen auf schnelligkeit witzig ist dass die kleinen die gleiche menge an fuel geben die die großen aber wesentlich schwächer sind ok entschuldigung welche gerade zu wenig rede aber ich bin hoch konzentriert wenn laser ist praktisch durchgehend überhitzt wo jetzt mal ein bisschen abkühlen ich dachte ich könnte vielleicht heilung 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 tschüss schon wieder irgendwas mit 100 ich verstecke mich mal hier drunter hat durch den fällen geschossen oder das hier das hier das hier viele glücklicherweise habe ich die regeneration und ein schild das generell eigentlich immer besser hier das schiff zuerst fertig zu stellen und weiß man nämlich was man schluss ist mit fuel sammeln und so sammelt man vielleicht gefühlt das man gar nicht verbraucht ok ich rede schon wieder nichts weil so konzentriert und schluss ich bin raus 230 nicht schlecht das das blöde ist ab level 12 sind dann zwei gegner vereint die ich gehasst habe spucker und einmal diese andere diese ufo typen ich sehe mich gezwungen meine waffe einzusetzen habe ich denn so wie ich finde es wird und wird hier mal durch gesäubert das hier das hier das war das war das war tschüss okay und ist ja auch so machen aber auch so viel die halten also mittelmäßig was aus und teilen aber aus ich bin praktisch durchgehen damit beschäftigt gegner aus dem weg zu räumen ich komme nicht dazu irgendetwas anderes zu machen es ist echt krass hier bei der stage und wie sieht es aus mit dem fuel? ach nichts das kann mir helfen wow ok glücklicherweise kommen diese die da rumlaufen die kommen glücklicherweise nicht allzu oft aber wenn sie kommen dann muss man sich sofort ausschalten so einmal heilen und das war und schuss bin ich durch? ja ich bin durch und the final stage bis zum nächsten mal habt noch einen schönen tag und pinch